Servus Leute, heute habe ich etwas ganz Heisses auf dem Tisch und ich rede hier von der Leuchte und zwar die Pixel 2.0 von der Deutsche Leuchte Manufaktur Bob. Die Grundgehäuse gibt es in schwarz und weiß, gibt es 1-flammig, 2-flammig, 3-flammig und 4-flammig und die Updickcover gibt es in vier Farben. Einmal das Gold, dann haben wir Antrazit, Rosé-Gold und Alu-Gewürstet. Und das Coole ist, ihr habt ja hinten auf der Rückseite zwei Magneten, das heißt ihr könnt euch diese Updickcovers hier ganz einfach selbst magnetisch drauf machen und dadurch habt ihr halt etwas ganz cooles, stylisches, modernes, zu einem echt normalen Preis. Ihr habt 5 Jahre eine Garantie auf das LED. Das LED ist wechselbar durch den Elektriker oder durch Einschicke. Ihr habt pro Leuchtequelle oder pro Cube 8,5 Watt, ca. 800 Lumen, 2700 Zellen, das ist das ganz warm weiße Licht und die Leuchte ist stillbar. Wir setzen die Leuchte gern in Flur, Küche oder im Wohnbereich ein. Könnt ihr sowohl Wann wie eure Decke einsetzen und habt halt im Prinzip wirklich etwas ganz besonderes, modernes, stylisches, was so einer unserer Messereiler ist. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns gerne nachbetreiben, anrufen oder kontaktieren. Wir sind immer für euch da, ein bisschen Licht raus, euer Fachhandel im Nenst. Dr.